Assimi Goetha, der malische Oberste, der in den letzten neun Monaten zwei Präsidenten gestürzt hat, wurde am Montag als Interimspräsident in dem westafrikanischen Land vereidigt. Der 38-jährige Kommandeur der Spezialeinheiten war bereits im vergangenen Monat vom Verfassungsgericht zum Präsidenten erklärt worden. Er versprach, den Übergang zu demokratischen Wahlen voranzutreiben. Goetha steht unter Druck regionaler und internationaler Mächte, um sicherzustellen, dass die Wahlen im nächsten Februar wie geplant stattfinden. Viele befürchten, dass der politische Umbruch die islamistischen Aufständischen im Norden des Landes stärken könnte. Goetha war einer von mehreren Offizieren, die im vergangenen August Präsident Keita stürzten. Im Mai ließ er dann den amtierenden Präsidenten Bahndor und den Premierminister verhaften. Beide traten später zurück. Letzte Woche suspendierten die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS und die Afrikanische Union Mali, lehnten es aber ab, weitere Sanktionen zu verhängen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt können wir uns beim nächsten Mal.